Servus Internet! Diesmal keine Leserfrage, sondern vielleicht eine Frage, die mir einfach so häufig gestellt wurde. Und zwar, was ist der beste VPN-Service? Was ist der beste VPN-Service? Diese Frage bekomme ich immer, immer, immer wieder gestellt. In jedem Medien, wo man mich kontaktiert oder meine Kollegen kontaktiert. Das Problem beim besten VPN-Service ist, dass die VPN-Anbieter sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, sie sind technisch sehr unterschiedlich. Es gibt VPN-Anbieter, die mieten lediglich virtuelle Server. Das heißt, die mieten sich selbst einen Service, um ihren eigenen Service anbieten zu können. Und es gibt andere, die kaufen oder entwickeln sogar die Hardware, die sie verwenden, das heißt die Server selbst. Und dadurch ergibt sich eine riesen Bandbreite an technischen Gegebenheiten, die die VPN-Anbieter haben. Und die trifft jetzt auch noch auf die wahnsinnig unterschiedlichen Anforderungen, die unsere Leser oder auch die Nutzer von VPN-Services haben. Denn ich weiß nicht, was ist eigentlich dein Interesse? Warum möchtest du einen VPN-Service verwenden? Wenn das Anonymität ist, dann ist die Frage, welche Art von Anonymität brauchst du? Also, möchtest du Anonymität haben, um nicht gefunden zu werden, damit du zum Beispiel keine Abmahnungen bekommst? Oder möchtest du Anonymität dahingehend, weil du im Internet ein bisschen surfst und möchtest nicht, dass die Webseiten wissen, wo du bist? Oder hast du wirklich Angst vor Verfolgung oder denkst du, dass du auch überwacht werden könntest und möchtest du dich unbedingt auch davor schützen? Das sind ganz, ganz riesengroße Unterschiede. Denn Privatsphäre ist einfach ein subjektiver Begriff sozusagen. Und Sicherheit ist noch subjektiver als Privatsphäre, denn es kann in so vielen Bereichen angewendet werden. Das heißt, die Anforderungen der Nutzer sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. VPN-Services werden aber nicht nur für Sicherheit, Anonymität, was ich gerade aufzählen wollte, verwendet, sondern zum Beispiel auch, um geografische Blockaden zu umgehen. Und dann ist jetzt die Frage, willst du jetzt einen VPN-Service, um aus Deutschland amerikanische oder großbritannische oder aus einem anderen Land TV-Serien zu sehen oder Inhalte zugriff zu erhalten? Oder umgekehrt, wirst du im Ausland sein und möchtest du deutsche Inhalte sehen? Da sind jetzt ganz, ganz viele Skalierungen, ganz viele Arten von Anforderungen, die unsere Leser und die Nutzer von VPN-Services haben. Und wenn ich dir jetzt dem gegenüberstelle, wie unterschiedlich auch die VPN-Services sind, dann lässt es sich nicht einfach so sagen, was ist der beste VPN-Service? Ich hoffe, du verstehst das. Ich finde es auch unseriös, wenn man das behauptet. Viele unserer Leser sagen, ja, aber ich habe jetzt eine Rangliste auf der Webseite. Kann man denn der trauen? Nein. Nein, weil, ich sage es jetzt nochmal ganz bewusst, die Rangliste, die auf unserer Webseite ist, also was ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Platz, das ist keine Rangliste der besten VPN-Services, sondern es ist eine Rangliste der VPN-Services, die von unseren Lesern am besten bewertet werden. Und wiederum, die haben sehr unterschiedliche Ansichten und sehr unterschiedliche Vorkenntnisse. Aber man kann jetzt mal generell sagen, dass ein Service, der relativ weit oben ist, zumindest eine hohe Leser-Kundenzufriedenheit aufweist. Aber nicht, dass dieser VPN-Service für dich und für deine Anforderungen genau das Beste sein wird. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben einige Tools auf unserer Webseite, mit denen du herausfinden kannst, was du überhaupt brauchst oder was du dir eigentlich überhaupt erwarten solltest von einem VPN-Service. Und was deine Anforderungen sind, die kannst du dann gegenüberstellen und den richtigen vermutlich auch finden. Meistens ist es sehr einfach, wenn man definieren kann, was man eigentlich erwarten kann und was man davon haben möchte. Und dann ist die Auswahl der VPN-Services schon sehr, sehr kleiner oder geringer. Du kannst dann sogar noch eine kleine preisliche Auswahl treffen, was dir dann vielleicht deiner Geldbörse besser zusagt. Deswegen würde ich dir bitten oder dich auffordern, verlass dich nicht auf unsere Ranglisten. Verlass dich auf gar keine Ranglisten im Internet, die du irgendwo findest, denn sie können niemals das widerspiegeln, sozusagen, was die Bandbreite der VPN-Anbieter anbietet und gleichzeitig, was die Bandbreite der Nutzer erwarten davon. Und das kann niemals eine Rangliste abdecken. Also Vertrau Ranglisten generell nicht. Mach dich selbst schlau. Nutz unsere Webseite, du wirst eine Menge Informationen finden, um sozusagen deine eigene Meinung bilden zu können. Und auf diese Art und Weise wünsche ich dir alles Gute dabei. Wenn du unsere Hilfe dazu brauchst, dann bitte kontaktiere uns auf unserer Webseite, im Live-Chat, per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, per Telegram, ich weiß nicht was. Auf jede erdenkliche Art und Weise kannst du uns kontaktieren. Wir sind dir sehr gerne behilflich, bei deinen Fragen und bei deinen Anliegen oder auch bei Installations- oder technischen Problemen. Abonnier unseren Kanal, empfehle uns weiter. Vielen Dank, schönen Tag und Servus, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.